Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken Dx auf Nintendo Switch, der dritte Kampf mit Logok und von Neuer Gameplays als Hobby. Wir suchen den nächsten Gegner. Und wehe, ist es schon wieder der Dominik. Barbie E4 aus Italien, 690 Siege mit Locarina, wunderbar. Da haben wir gerade noch mehr Chancen als gegen Dominik vorhin. Na gut, Logok. Gebt dein Bestes. Kann ich auch. Hey, ich wollte auch angreifen. Warum ist der immer schneller? Ich glaube, ich habe da auch nicht wirklich mehr Möglichkeiten zu gewinnen. Schade, weil wenn man mit Logo kämpft, das sieht manchmal auch echt cool aus. Oh, oh. Warum? Warum? Das war's für heute. Jawoll! Jawoll! Hey, ich habe einen Punkt mit Logok. Eins, eins. Wer sagt es denn? Ja, ich habe einen Punkt mit. Nein. Oh, überlebe ich das oder? Eher nicht. Scheiße. Hey, gegen den hätte ich jetzt wirklich mal eine Chance gehabt. Mit Logok. Na gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ähm. Na gut, minus 37 Punkte. Oh wei. Weil es immer wieder eine Abstiegsrunde. Yay. Na gut, wie oft will ich das Wort, na gut, noch sagen. Meine Güte. Ich habe jetzt sowieso noch einen Kampf mit Logok. Dann wechsle mir sowieso wieder das Pokémon. Und dann habe ich mich bestimmt eingespielt mit dem. Egal. Auf jeden Fall, das war Pokémon Techniques auf Nintendo Switch. Mal wieder beim Verlieren mit von Löwe Gameplay als Hobby. Aber ich diene ja der Unterhaltung und nicht der Siegeswillen. Beziehungsweise ich spiele aus Spaß. Und ich hoffe, ihr guckt auch aus Spaß mit zu. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und Tschüss.